300 Millionen Menschen feiern weltweit ein Fest, dessen Geschichte Jahrtausende in die Vergangenheit reicht. Und sogar im Weißen Haus wird es gefeiert. Trotzdem kennt es in Deutschland kaum jemand. Heute beantworte ich die Frage, was ist eigentlich Nauros? Ich grüße euch, hier ist Konstantin und heute möchte ich mit euch über ein Fest reden, das von einer Drittel Milliarde Menschen auf der ganzen Welt gefeiert wird, hauptsächlich im Nahen Osten, aber nicht nur da. Es geht um die Rückkehr des Lebens, den Frühlingsanfang, über den Triumph des Lichts, über die Dunkelheit und des Lebens über den Tod. Und es gibt einige ganz spannende Mythen und Legenden dazu. Die Geschichte von Kawa, dem Schmied, der sich gegen den Tyrannen auflehnt und letztendlich den Menschen die Hoffnung zurückbringt. Und das möchte ich euch heute alles erzählen. Und wenn euch solche Themen interessieren, also jetzt nicht nur irgendwelche Kriegsberichterstattung, sondern auch mal kulturelle Geschichten, Mythen, Traditionen, dann schreibt es mir in den Kommentaren und vor allem abonniert diesen Kanal. Das würde mich besonders freuen. Dann mache ich mehr von solchen Inhalten und wir sehen uns vielleicht im nächsten Video wieder. Aber jetzt gehen wir erstmal zurück darauf, was Nauros ist, wo es gefeiert wird und welche Mythen es dazu gibt. Nauros, das bedeutet übersetzt so viel wie Neuer Tag oder Der Neue Tag. Das ist das, es wird zusammengefasst oft als das persische Neujahrsfest. Ist aber nicht nur im heutigen Iran oder bei der Ethnie der heutigen Perser verbreitet, sondern in dem Gebiet, das man allgemein als Greater Iran bezeichnet. Greater Iran, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, das ist kein festumrissenes Gebiet. Das ist mehr so eine Region im Nahen oder im Mittleren Osten, genauer gesagt. Und Greater Iran steht für den kulturellen Raum, in dem die antiken Irane oder das antike Persien besonders großen Einfluss hatte, der noch bis heute spürbar ist. Kulturell, sprachlich, traditionell und so weiter. Und wir sehen hier mal auf einer Karte, wo dieses Gebiet, dieser Greater Iran eigentlich ist. Also es ist nicht nur der Staat Iran, der heutige Staat Iran, sondern geht im Osten bis nach Pakistan, Afghanistan, geht nach Zentralasien, diese ganzen Stans da oben, Tatschikistan, Usbekistan, Kasachstan und so weiter. Und reicht im Westen auch bis nach Kurdistan, in den Irak, in die heutige Türkei und so weiter. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. All diese Gebiete waren in ihrer Geschichte mal massiv vom Iran, vom Persien beeinflusst. Und deswegen wird es so in der Forschung oft als Greater Iran bezeichnet. Das ist hier im Westen gar nicht so geläufig leider. Wir müssen uns das vorstellen, der kulturelle Einfluss, den das antike Persien, die verschiedenen iranischen Zivilisationen auf diese Region hatten, die kann man eigentlich gar nicht überschätzen. Das ist vielleicht noch vergleichbar mit dem Einfluss, den die griechisch-römische Antike auf Europa und auf den Mittelmeerraum hatte. Also Sprache, Kultur, Legenden, Mythen und so was. Das ist alles ganz, ganz eng mit der iranischen Geschichte verknüpft. Ich habe es bereits angedeutet, Nauros ist ein Frühlings- und ein Neujahrsfest. Und das ist kein Widerspruch. Es ist ja eigentlich relativ willkürlich festgelegt, dass hier in Westeuropa oder in Europa insgesamt, dass das neue Jahr mitten im Winter beginnt. Das hat verschiedene historische Gründe. Aber das muss ja nicht so sein. Also wann ein Jahr beginnt, ist ja eigentlich so ein bisschen auch ein menschgemachtes Konstrukt. Und dort wird es einfach zu einem anderen Zeitpunkt gefeiert, nämlich im März. 20. oder 21. März ist das traditionelle Datum für das Nauros-Fest. Und das hat damit zu tun, dass da der Frühling beginnt, dass da die sogenannte Tag-Nacht-Gleiche stattfindet. Also ihr wisst ja, vom Winter bis zum Frühling, da werden die Nächte immer kürzer und die Tage immer länger. Und am 20. oder 21. März, wenn Nauros gefeiert wird, da ist Tag und Nacht gleich lang. Und ab diesem Moment, da gewinnt wieder der Tag gegenüber der Nacht und die Tage werden länger als die Nächte. Und gleichzeitig natürlich im Frühling, da geht der Schnee zurück, das kalte Wetter geht zurück und das Leben kehrt wieder. Da gibt es verschiedene Mythen auf der ganzen Welt. Die Griechen haben Persephone und so weiter. Es ist überall gleich. Solange Menschen von der Erde leben, also gerade von Landwirtschaft und so weiter, da ist die Wiederkehr des Lebens und der Sonne und der Wärme und natürlich auch der Pflanzen ist von fundamentaler Bedeutung für das Überleben eines ganzen Volkes. Und deswegen ist es kein Zufall, dass dieser Frühlingsbeginn und der Triumph des Tages über die Nacht und des Lebens über den Tod, dass das ein ganz zentrales Datum ist und eben mit diesem wichtigen Fest mit Nauros gefeiert wird. Seit wann man Nauros feiert, ist so genau nicht zu belegen. Das ist unmöglich, weil es so weit in die Vergangenheit zurückgeht. Wir wissen, dass es eines der ältesten Feste der Menschheit ist. Zum ersten Mal benannt mit dem Namen Nauros im Mittelpersischen, soweit ich weiß, das war im Reich der Parter. Die Parter waren eine der herrschenden Mächte, die über die verschiedenen persischen Reiche geherrscht haben. Also man hat zuerst die Acheminiden, so eine Antike, dann um das Jahre Null herum die Parter, später die Sassaniden. Ich habe mal ein Video dazu gemacht und gehe auch gerne nochmal drauf ein. Auf jeden Fall, im zweiten Jahrhundert nach Christus haben wir zum ersten Mal den Namen Nauros überliefert. Aber Experten gehen davon aus, dass es noch viel älter ist. Die Enzyklopädie Iranica, also die führende wissenschaftliche Enzyklopädie über die iranische Kultur und Geschichte des Nahen Ostens, die geht davon aus, dass Erwähnungen in den heiligen Schriften des Zoroastrismus, dass die schon darauf hindeuten, dass viel früher Nauros gefeiert wurde. Die Zahl, die da angegeben wird, ist etwa so 1000 vor Christus bis 800 vor Christus. Und das würde Nauros dann letztendlich knapp 3000 Jahre alt machen. Ob es damals schon unter diesem Namen gefeiert wurde, ist eine andere Frage, die sehr schwer zu beantworten ist. Aber wir können uns merken, Experten gehen davon aus, dass Nauros 3000 Jahre alt ist und dass der Name Nauros seit fast 2000 Jahren überliefert ist. Und wenn ein Fest so lange, über so einen langen Zeitraum, also 30 Jahrhunderte, das ist, ich bin immer wieder fasziniert von diesen Zeitabschnitten, wenn ein Fest über 30 Jahrhunderte gefeiert wird, dann ist klar. Und vor allem über so einen weit verbreiteten geografischen Raum, dann ist es klar, dass das irgendwie verschiedene regionale Bräuche mit sich bringt. Und deswegen kann man nicht sagen, es gibt das eine Nauros oder es gibt die eine Nauros-Tradition. Das kann von Land zu Land unterschiedlich sein, das kann aber, seien wir doch ehrlich, auch von Familie zu Familie unterschiedlich sein. Also wer vielleicht hier in Europa Weihnachten feiert, jede Familie hat doch irgendwie ein bisschen anders einen Weihnachtsbrauch. Und in Norddeutschland feiern sie anders als in Bayern, in Baden-Württemberg anders als in Ostdeutschland. Und deswegen, also man kann nicht sagen, das sind jetzt die Nauros-Bräuche, die für alle, die es feiern, irgendwie zutreffend sind. Aber es gibt so ein paar Sachen, die sich rauskristallisiert haben. Und ein paar von diesen bekannten Bräuchen, die möchte ich jetzt kurz vorstellen. Also gerade im persischen Kontext ist es Tradition, dass zu Nauros oder vor Nauros das Haus geputzt wird. Also wie wir es kennen, Frühjahrsputz, weil es natürlich mit neuem Leben zu tun hat und mit einem Neuanfang, der neue Tag. Deswegen, da muss das Haus sauber sein. Und das ist auch so ein bisschen ein Thema, das ich unglaublich faszinierend finde. Wir in Europa kennen den Begriff Frühjahrsputz. Im Mittleren Osten ist es mit Nauros auch verbunden. Es gibt nachher noch ein paar andere Sachen, die sich schön ähneln. Und der nächste Punkt, auf den ich kommen möchte, die nächste Nauros-Tradition, ist der Haft-Sinn-Tisch. Diese Tradition hat man unter anderem auch im Weißen Haus, im Amtssitz des US-Präsidenten. Da gibt es Bilder von der Familie Obama, wie sie um so einen Haft-Sinn-Tisch herumsitzen, was ich eine sehr schöne Geste finde. Auf diesem Tisch stehen sieben Dinge, die mit dem Buchstaben S beginnen, beziehungsweise dem Buchstaben Sin im persischen Alphabet. Und diese sieben Dinge, das ist zum einen Grünzeug, also Weizensprossen, Weizenkeimlinge, sowas. Das ist Malz, Knoblauch, die Frucht Mehlbeere. Das kannte ich vorher auch noch nicht, man lernt nie aus. Essig, Gewürzzumach, auch das kannte ich nicht vorher und ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und ein Apfel. Auch beliebt sind Dinge wie zum Beispiel Kerzen oder Spiegel oder ein Goldfisch auf dem Tisch. Natürlich in seinem Glas, im Wasser, natürlich. Und ganz besonders bemalte Eier. Denn bemalte Eier gehören für viele Leute auch zum Nauros-Fest dazu. Und ich weiß nicht, ob euch da ein anderes Frühlingsfest einfällt, was sehr wichtig ist, was woanders gefeiert wird, wo es um bemalte Eier geht. Richtig. Ostern, ich habe es schon gesagt, ich finde es interessant. Scheinbar deutet es darauf hin, wir Menschen sind doch irgendwie alle gleich. Und irgendwie haben wir Menschen einen Drang, im Frühling Eier zu bemalen. Was das über uns psychologisch aussagt, das überlasse ich euch. Aber auf jeden Fall, merkt euch, bemalte Eier sind nicht nur zum Osterfest wichtig, sondern auch zu Nauros. Bei den Kurden wird Nauros auch schon lange gefeiert. Aber so richtig, richtig populär in letzter Zeit wurde es erst mit dem Erstarken der kurdischen Identität und auch der Bestrebung zur Autonomie. Und etwa seit den 1950ern hat Nauros auch an Bedeutung gewonnen bei den verschiedenen kurdischen Bevölkerungsgruppen in den Ländern des Nahen Ostens. Und es hat auch ganz viel damit zu tun, zu feiern, wer man ist, eigene Traditionen geben ja Identität und so weiter. Und so ist es auch bei den Kurden. Da ist Nauros ganz stark mit der kurdischen Identität verknüpft und im Prinzip, ob das jetzt in Europa ist oder in Amerika oder im Iran, in der Türkei, im Irak oder in Syrien. Nauros gehört einfach dazu. Das ist so das wichtigste Fest, das gefeiert wird. Da werden auch die ganzen schönen Gewänder rausgeholt. Es wird getanzt. Feuer spielt eine riesengroße Rolle. Und das geht so ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen weit in die Vergangenheit zurück. Nauros hat viel mit dem Zoroastrismus zu tun oder hatte es wahrscheinlich. Zoroastrismus, das ist die dominierende Religion des Persischen Reichs, geht auf den Philosophen Zoroaster zurück, der im Westen Zarathustra genannt wird. Und da hat es sehr viel zu tun mit der Dualität, also Gut gegen Böse. Und Feuer spielt eine ganz wichtige Rolle in dieser Religion. Da möchte ich mal ein eigenes Video drüber machen. Super spannend. Auf jeden Fall ist das etwas, was man auch heute sieht, wenn irgendwo Kurden Nauros feiern. Es werden Feuer entfacht, es wird getanzt. Ganz spektakuläre Bilder kriegt man da zu sehen. Und ich habe ja gerade gesagt, dass Nauros viel mit Zoroastrismus zu tun hat. Aber bei den allermeisten Menschen, die es heute feiern, da hat es einen eher säkularen Charakter. Also es ist kein religiöses Fest für die meisten Menschen. Aber es gibt doch manche Gemeinden, die es mit etwas Religiösem verknüpfen. Die Aleviten zum Beispiel. Alevitentum auch, super spannend, super spannende Gruppe. Will ich auch mal ein ganz eigenes Video drüber machen. Ihr merkt, ich will über vieles Videos machen. Und ich verspreche euch, es kommt auch noch ein Video über das Alevitentum. Hier sei es aber erstmal nur genug, dass ich sage, im Alevitentum, wo auch Nauros gefeiert wird, da ist es verknüpft mit Religion. Denn im Alevitentum geht man davon aus, man feiert den 21. März als Geburtstag von Ali, dem Schwiegersohn des Propheten und dem letzten Kalifen. Und ich habe euch ja schon versprochen, es gibt natürlich viele Mythen, wie Nauros entstanden ist. Also da gibt es einen persischen Mythos über einen König, der einen Thron gebaut hat mit aus Gold und Juwelen, der ihn von Dämonen hat über den Himmel stellen lassen, sodass er letztendlich im dunklen Winter die ganze Welt erleuchtet hat. Eine Geschichte, die ich ganz speziell spannend finde, ist der kurdische Mythos von Kawa, dem Schmied. Und den will ich jetzt nur ganz kurz zusammenfassen. Es gab eine Zeit, als ein böser König herrschte über Kurdistan oder über die Länder, in denen die Kurden lebten. Und dieser böse König hatte zwei Schlangen- oder Drachenköpfe, die ihm aus der Schulter herauswuchsen, also jeweils ein Kopf pro Schulter. Und die einzige Möglichkeit, um den Hunger dieser Drachen, dieser Schlangen zu stillen, war Kindergehirne. Also wir sehen schon sehr grausam das Ganze. Und auf jeden Fall schickte dieser König seine Soldaten los, um Kinder, die Kinder Kurdistans zu holen, sie zu töten, sodass jeden Tag zwei Kindergehirne bereitstehen, um diese Schlangenköpfe zu füttern. Und es gab zu dieser Zeit einen Schmied, der hieß Kawa. Und viele seiner Kinder wurden schon getötet und ihre Gehirne letztendlich diesem Tyrannen zum Fraß vorgeworfen, sodass er nur noch einen Sohn hatte. Und Kawa versteckte einen großen Schmiedehammer unter seiner Schürze. Und als die Soldaten seinen Sohn holen wollten, sagte er, nein, wartet, ich bringe ihn selber und ich werde ihn selber vor dem großen König opfern. Und die Soldaten haben ihn dann praktisch das machen lassen. Der König war zuerst sehr zufrieden und hat gesagt, ja, das ist Hingabe, sehr gut, Kawa, und jetzt opfer mir deinen Sohn. Und Kawa nahm diesen Hammer und schlug den Tyrannen tot und befreite die Welt und Kurdistan in diesem Mythos von diesem Tyrannen. Und um zu zeigen, dass der Tyrann tot ist und dass letztendlich eine neue Zeit heranbrach, ein neuer Tag, Nauros, neuer Tag, da leuchtete er große Signalfeuer auf dem Palast dieses Tyrannen. Und die Menschen Kurdistans sahen das und haben aus Freude auch überall Feuer entfacht, um zu feiern, dass dieser Tyrann tot ist, dass es eine neue Ära der Freiheit geben kann und dass nun der neue Tag heranbricht. Und das wurde auch schon, das wurde datiert mit dem Sieg der Meder über die Assyrer. Da vermischt sich dann Mythos und Realität, aber auf jeden Fall ist das die mythologische Grundlage in der kurdischen Tradition für das Nauros-Fest. Und das war es auch schon mit meinem Video. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, darüber zu reden, weil ich liebe Mythologie. Und ich finde, gerade jetzt ist es sehr wichtig, dass wir Geschichten haben, wo es über den Triumph des Lebens, über den Tod geht, über Hoffnung und Zuversicht. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass euch das alles auch ein bisschen Hoffnung und ein bisschen Zuversicht geben konnte. Wenn ihr mehr davon erfahren wollt, abonniert den Kanal, lasst mir Kommentare da, welchen Mythos vielleicht ihr als nächstes gerne näher beleuchtet haben möchtet. Und in diesem Sinne freue ich mich aufs nächste Mal und wünsche allen, die es feiern, ein frohes Nauros. Bis dann.